Die US-Investmentfirma Berkshire Hathaway, der Investorenlegende Warren Buffett, hat sich in der Coronavirus-Pandemie von sämtlichen Anteilen an den vier größten US-Fluggesellschaften getrennt. Berkshire habe ihre Beteiligungen an Delta Airlines, United Airlines, Southwest Airlines und American Airlines veräußert, sagte Buffett am Samstag auf der Hauptversammlung. Die Welt hat sich für Fluggesellschaften verändert und ich wünsche ihnen alles Gute, aber es handelt sich hierbei nicht um die Geschäfte, die wir direkt besitzen und erheblich beeinträchtigt werden. Seine Gesellschaft hatte rund sieben bis acht Milliarden Dollar in den Aufbau der Anteile investiert. Die Summe habe Berkshire beim Verkauf aber nicht wieder erzielen können, ergänzte Buffett. Nach seinen Einschätzungen werden die USA die Corona-Krise erfolgreich bewältigen. Nichts könne Amerika aufhalten, sagte der 89-jährige Milliardär. Für den Rest seines Lebens werde er immer auf die USA wetten.